Er bewegt sich, wenn ich mich bewege. Denn wenn ich es nicht bewege, ist es auch kippelig, weil er stark ist. Mit der linken Hand ruhig in den Schultern, Kopf, herein, durchschütteln. In beide Hände und massiere damit ein ganz klein wenig die Zunge, bis das Pferd das Maul öffnet und dann mache ich auch schon nichts mehr. Ach, gibt's. Dass es also auch hier oben weniger Stress hat und weniger Festmacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017